Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Toni Erdmann von Maren Ade. Dies ist eine deutsche 162-minütige, furiose Komödie und zugleich ein erschütternd trauriger Film. Wir wissen ja, jede gute Komödie hat einen tragischen Unterton. Doch stellenweise ist Toni Erdmann eher eine Tragödie mit komödiantischem Unterton. Das ist das Faszinierende an Maren Ades Werk. Und sie hat fantastische Schauspieler zur Hand. Peter Simonischek als Toni Erdmann, Sandra Hüller als Ines Konradi als Unternehmensberaterin und Tochter und Michael Wittenborn als Unternehmer Henneberg. Man kann von diesen Schauspielern nur schwärmen. Und Maren Ade hat ja bereits in ihrem Film alle anderen bewiesen, wie gut sie mit Schauspielern umgehen kann. Die Geschichte ist schnell umrissen. Ines Konradi ist eine aufstrebende Unternehmensberaterin, die momentan in Rumänien ein riesiges Outsourcing-Projekt für den Unternehmer Henneberg vorbereitet. Für Ines gibt es nur den Beruf. Gegen Zweifel, seien sie moralischer, emotionaler oder politischer Natur, hat sie sich imprägniert. Ihr melancholischer Vater, Winfried Konradi, ein alter Musiklehrer, versteht seine Tochter und auch die Welt nicht mehr. Um überhaupt noch zurechtzukommen, hat er sich ein alter Ego zugelegt, Toni Erdmann. Wenn er das übergroße Gebiss und die billige Perücke anzieht, kann er mit der Umwelt noch gerade so zurechtkommen. Überraschend reist er nach dem Tod seines Hundes zu seiner Tochter nach Bukarest und bringt dort als Toni Erdmann dann alle und alles durcheinander. Was macht die Titelfigur aus? Wie erzeugt der Film diese tragische Komik? Das ist kaum zu beschreiben, man muss es gesehen haben. Und das ist nicht einfach eine billige, faule Floskel. Vielleicht aber so viel. Die Szenen, in denen Erdmann als Coach oder als deutscher Botschafter auf Empfängen auftritt, sind nicht auf ein Pointenfeuerwerk ausgelegt. Wir kennen natürlich solche knalligen Effekte in Verwechslungskomödien. Hier bleibt aber alles in der Schwebe. Es ist nicht einzuordnen, weder für die anderen Figuren noch für uns. Und das ist doch etwas Ungeheures in einer Welt, in der die Ordnung herrscht, in der die Zahlen für Ordnung stehen und diese Ordnung herstellen. Wir lachen dabei mal aus Selbsterkenntnis, mal aus Selbstverleugnung. Wir lachen aus Unsicherheit und manchmal auch, weil wir nicht weinen möchten. Es ist ein Schelm, dieser Toni Erdmann und er sorgt immer für eine minimale Verschiebung, nicht für eine Revolution. Seine Gegenfigur ist nicht nur die Tochter, sind nicht nur Henneberg und die anderen Manager und Unternehmer. Die eigentliche Gegenfigur ist die Praktikantin von Ines. Eine junge Frau, die die Wirtschaftswelt total inkorporiert hat. Sie ist die totale Affirmation. Selbst Ines ist diese Person irgendwie unheimlich, denn sie ist zu allem bereit. Sie ist vielleicht die gefährlichste Figur. Sie würde tatsächlich alles mitmachen und hat für alles, für jede Verrücktheit noch eine ökonomische Erklärung. Immer will sie Feedback haben. Sie faselt nur in der Manager-Sprechweise. Und wie ist es mit Ines? Gerne werden ja weibliche Figuren, Hauptfiguren eingesetzt, um ihre Emotionalität herauszukehren, um sie dann als Opfer zu zeichnen. Aber wir sehen sie natürlich in diesem Film nicht als ein Opfer. Sie ist eine knallharte Businessfrau, wenngleich wir sie auch sehen in ihrer Verzweiflung, in ihrer Zerbrechtlichkeit. Doch in einem anderen Moment ist sie dann wieder eiskalt. Das ist wirklich eine hochspannende Frauenfigur. Im letzten Drittel des Films scheint sich Ines dann zu befreien. Bevor der Geburtstagsbranche in ihrer Wohnung für ihre Kollegen beginnt, Freunde hat sie offenbar keine, schält sie sich aus ihrem engen Kleid, für das man eine Gabel benötigt, um es überhaupt schließen zu können. Und steckt man erst einmal in diesem Kleid, dann kann man sich die Schuhe nicht mehr anziehen. Maren Ader hat einen genauen Blick dafür, wie das System auch die Körper, die weiblichen vor allem, zurichtet. Ines öffnet also nackt die Tür und ihre Gäste sind verwundert. Hier scheint nun die Ordnung tatsächlich sich ganz aufzulösen. Aber das System ist resistent. Alles wird wieder inkludiert. Und es ist auch die Praktikantin, die sofort eine Erklärung für all das hat und auch wieder mit dieser neuen Situation umgehen kann. Die Dialoge sind hier so komisch wie entlarvend. In der Sprache der Ökonomie wird hier gesprochen. Von Softskills, von Teamwork, von Emotionstraining ist die Rede. Versucht wird so, jedes Phänomen einzufangen. Das gelingt aber nie ganz. Irritationen bleiben auch beim Zuschauer. Man denkt oft, was war das hier gerade? Im Prinzip ist das ein Ansatz, wie wir ihn auch bei der Philosophin und Gendertheoretikerin Judith Butler finden. Die Ordnung wird ein wenig verschoben und in diesen Rissen, die sich da auftun, entsteht eine Möglichkeit. Judith Buttlers Gendertheorie lässt sich in diesem Falle auch auf die Ökonomie übertragen. Butler stellt hier die Essentialität von Geschlecht in Frage. Der Film stellt die Essentialität des Homo Ökonomicus in Frage. Butler setzt in ihrem noch recht optimistischen Buch das Unbehagen der Geschlechter ganz auf die Parodie. Sie schreibt dort gegen Ende, die Geschlechtsidentitäten können weder wahr noch falsch, weder wirklich noch scheinbar, weder ursprünglich noch abgeleitet sein. Als glaubwürdige Träger solcher Attribute können sie jedoch gründlich und radikal unglaubwürdig gemacht werden. Übertragen auf den Film heißt es jetzt, dass Tony Erdmann diese Parodie betreibt. Er irritiert die Identität des Homo Ökonomicus. Butler verfolgt einen radikal konstruktivistischen Ansatz. Diesem folgt auch die Titelfigur. Tony Erdmann wird Tony Erdmann durch seine Taten. Er stellt sich performativ her. Butler schreibt, meine These ist, dass es keinen Täter hinter der Tat gibt, sondern dass der Täter in unbeständiger, veränderlicher Form erst in und durch die Tat hervorgebracht wird. Der Film hält jedoch offen, ob es dahinter vielleicht doch so etwas wie eine feste Identität gibt, die nur verloren gegangen ist. Von Tony Erdmann sehen wir viel, doch von Winfried Conradi dahinter sehen wir wenig. Immerhin die Trauer um seine Mutter und um den toten Hund. Auch bei Ines gibt es ein anderes Selbst. Hin und wieder blitzt es auf. Und der Film nimmt zur Frage der Identität dann auch eine andere Position ein. Beziehungsweise er bezieht diese Position nicht, sondern stellt die ganze Tragik des Ist-Zustands dar. Auch wenn das Schmerzensgeld für die Unternehmensberaterin Ines selbstverständlich viel höher ist, als das der einfachen Arbeiter, die unter ihr zu leiden haben, zeigt der Film doch, wie diese Wirtschaft alle entwurzelt. Ines ist entfremdet von ihrer Heimat, ihrem Umfeld, ihrem Vater und von sich selbst. Der linke Theoretiker Regie de Bray hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Lob der Grenzen. Darin schreibt er, die prominenten Soziologen, die Distinktionen für Überheblichkeit hielten, haben die Geldschleusen geöffnet. Dies verärgert jede Barriere und die kulturelle Besonderheit erträgt es nicht. Die Grenze hat eine schlechte Presse, sie verteidigt die Gegenmächte. Erwarten wir nicht von den etablierten Machthabern, die in der stärkeren Position sind, dass sie für sie werben. Die Enteigneten haben ein Interesse an einer klaren und deutlichen Demarkationslinie. Das einzige Kapital, was sie haben, ist ihr Territorium und die Grenze ist ihre Haupteinnahmequelle. Die Reichen gehen, wohin sie wollen, feilschnell. Der Starke ist flüssig, der Schwache hat nur den Schoß der Familie, eine uneinnehmbare Religion, ein unbesetzbares Labyrinth. Als Unternehmensberaterin sorgt Ines dafür, mit ihrem gigantischen Outsourcing-Projekt, dass sie als Repräsentantin einer grenzenlosen Wirtschaft alle anderen auch entwurzelt. Sie ignoriert jeden kulturellen oder landestypischen Unterschied. In einem Gespräch mit anderen Managern wird das klar. Ob sie in Rumänien ist oder an irgendeinem anderen Ort der Welt, das interessiert sie überhaupt nicht. Das Geld scheint überall gleich zu regieren. Es ist eine Schwäche von Butlers Theorie und eine ästhetische, wenn auch keine politische Stärke des Films, dass diese ewigen Irritationen und Verschiebungen in ihrer Offenheit und Unabgeschlossenheit dazu tendieren, recht wirkungslos zu bleiben. Es bleibt häufig eine Spielerei mit Möglichkeiten. Für eine Komödie wie Toni Erdmann ist das wunderbar und von Szene zu Szene ein Genuss. Die Parodie wirkt im Kino tatsächlich mehr als in der Politik. Die Toni Erdmann-Identität ist eine Reaktion auf die Wirtschaftswelt, die auch Butler nicht ganz unähnlich Identitäten auflöst. Eine Trennung von Affirmation und Subversion fällt daher schwer. Zur Struktur des Films ist zu sagen, man könnte es sich ganz leicht machen, wenn man kritisiert, der Film laufe irgendwie ins Leere, er sei etwas zu lang und könnte zugleich ewig so weitergehen. Diese Struktur ist systemisch bedingt. Unabgeschlossenheit zeichnet wirtschaftliche Prozesse aus. Es gibt kein Ende, es geht immer weiter. Der nächste Konzern und der nächste Kontinent warten schon. Maren Aade hat dafür eine angemessene Form und eine adäquate Erzählweise gefunden. Die üblichen Plots, Storytwists und Spannungsbögen verfehlen hier die Wirklichkeit. Das ist neu und originell und wir wissen noch gar nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen. Doch ich bin mir sicher, wir werden zukünftig oft an Toni Erdmann denken, um unsere verrückte Wirklichkeit zu begreifen. Denn momentan schauen wir nur, aber sehen nicht. Das ist genau richtig. Untertitelung des ZDF, 2020